Was geht ab Leute? Herzlich Willkommen zum nächsten Video, heute sind wir hier auf den Ruhr Games in Duisburg und wir zeigen euch jetzt einmal die Location, das sieht auf jeden Fall richtig krass aus hier. Ja, ich gebe jetzt gleich den ersten Workshop hier, Breakletics und anschließend zeigen wir euch natürlich auch das ganze Festival, es ist riesengroß, komplett kostenlos für jeden. Mega cooles Event, ich bin jetzt schon begeistert und wir warten jetzt auf unsere Teilnehmer, bis gleich. Musik 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 Danke euch! Yo Leute, was geht ab? Wir checken jetzt noch weiter die Ruhrgames ab. Es gibt jede Menge Zeug hier, was zu sehen ist. Und wir nehmen euch jetzt einfach mal mit. Musik 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 Yo Leute, das war Ruhrgames Tag Nummer 1. Wir kommen morgen wieder, dann gibt es nochmal einen Breakletics Workshop. Und mal gucken, was noch so abgeht. Niki kommt morgen auch mit. Und Tuba hinter der Kamera heute natürlich auch wieder. Und ja, ich hoffe, der kleine Einblick hat euch gefallen. Ich persönlich finde es ein mega cooles Event. Mega geile Location. Mega geil zu filmen, zu fotografieren. Also wir kommen auf jeden Fall nochmal her und werden euch mehr hiervon zeigen. Und hier werden auf jeden Fall die nächsten Videos und Fotos von mir und Exident Crew stehen. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Lass dein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Musik Hi. Ich bin Daniel Daia. Und bin ein wildes Einhorn. Ein wildes Breakletics Einhorn. Momentan. Da bin ich am Essen. Ich bin in der wilden Freibahn. Hi. Hi. Und jetzt trinke ich. Lass ein Hörner machen. Lecker. Ja. Du so bist. Vielen Dank.